Peace Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Focus Clan Channel und heute starte ich mit einer neuen Serie die nenne ich Foot University. Foot University ist eine Serie wo ich immer ein kurzes und knackiges Video zu raushaue und euch wichtige Informationen rund um FIFA Ultimate Team preisgebe. Das können mal taktische Informationen sein, das können mal Spielerempfehlungen sein und so weiter und so fort. Und heute fangen wir mit einem sehr wichtigen taktischen, beziehungsweise heute haben wir sogar zwei Sachen. Wir haben sogar eine taktische Empfehlung und dann direkt auch noch eine Spielerempfehlung. Denn heute geht es um das wichtige taktische Element der Spielerwechsel. Jeder von uns kennt es sowohl als Zuschauer als auch als aktiver FIFA Spieler. Kurzes Beispiel, wir als Zuschauer gucken einem Streamer zu, der am Spielen ist in der Weekend League, liegt 1 zu 0 hinten und die 70. Minute bricht an. Er macht nichts, er drückt nicht die Starttaste, er wechselt nicht aus. Die 75. Minute bricht an und wir als Zuschauer denken sich nur, wechsel doch mal, stell um, weil du brauchst doch noch dieses Tor, du musst dieses Tor aufholen. Er aber als aktiver Spieler denkt nicht an diese, an dieses taktische Element des Spielerwechsels in dem Moment oder an die allgemein, an die Formationsumstellung. Und es ist sehr sehr wichtig, dass man sich das halt nochmal verinnerlicht, denn Spielerwechsel können echt Wunder bewirken. Auch bei einem Rückstand von 1 zu 0 können solche Elemente einfach das Spiel nochmal drehen. Denn frische Kräfte sind sehr voll, wenn man so Spieler bringt, die wie den, den ich gleich empfehlen werde. Der kann halt wirklich nochmal für Wirbel sorgen und das Spiel nochmal drehen. Und ich würde sagen, ich rede nicht mehr lang rum, lasst uns zu dem Spieler kommen, den ich meine. Und das ist niemand geringeres als Lozano. Der Second Inform Lozano aus der Eredivisie von PSW und jeder kennt ihn. Er ist als der Super Sub überhaupt in FIFA bekannt. Warum hat er diesen Nickname der Super Sub? Einfach weil man Lozano nicht von Anfang an spielen lassen kann, beziehungsweise man kann es schon, nur man kann ihn nicht so stark in die Teams einbinden. Man kann ihn nur dann von Anfang an spielen lassen, wenn man halt Spieler wie ja die Ikonen hat, weil die linken ja zu jedem. Oder halt Spieler aus der Eredivisie oder halt Mexikaner. Und da merkt man halt, Spieler aus der Eredivisie, also aus der holländischen Liga und auch Mexikaner sind halt nicht die stärksten im FIFA. Dementsprechend kann man halt nicht von Anfang an ein starkes Team um Lozano drumherum aufbauen. Es sei denn, man hat Ikons und die hat bekanntlich nicht jeder. Und dementsprechend hat Lozano sich halt dieses Bild als der Super Sub aufgebaut im FIFA 18 und das nicht ohne Grund, denn wenn er reinkommt, macht er echt Wirbel. Und das liegt einfach an den Stats, die er hat. 95 Tempo auf der Karte, das sind 96 Antritt, 95 Sprint Tempo. Und wenn so ein Lozano dann in der 70. Minute kommt und der Gegner schon halt ja schwächere Verteidiger in der Ausdauer hat, die halt nicht mehr kompletten Ausdauer Balken haben, dann kann dieser Lozano da einfach mal die Außenverteidiger überlaufen. Und das passiert sehr sehr oft. Und dazu kommt auch noch, wenn wir hier weiter runter gehen, dass Lozano einfach vier Sterne Skills, vier Sterne Weak Foot hat. Und das macht ihn halt noch mal gefährlicher, denn er kann mit links als auch mit rechts schießen und er kann den ein oder anderen Skill-Move einsetzen. Und dementsprechend ist Lozano einfach ein meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her einer der besten Einwechselspieler, die man im FIFA Ultimate haben kann. Wenn wir schon vom Preis-Leistungs-Verhältnis sprechen, er kostet rund 55.000 Coins auf der PS4 und 45.000 Coins auf der Xbox. Also dementsprechend auch nicht wirklich viel. Und wir gucken uns auch einfach noch mal seine Spezialitäten und Eigenschaften ein. Bei den Eigenschaften hat er versucht abseitsfallen zu überlisten. Das hatte ich ja schon mal in einem Review-Video gesagt, dass dieser Trade versucht abseitsfallen zu überlisten ein enorm, enorm gefährlicher Trade ist, wenn der Spieler den hat. Denn dadurch macht er noch mal viel, viel bessere Laufwege. Dann Tempo-Dribblings. Das merkt man. Wir werden gleich auch noch ein paar Gameplay-Szenen von Lozano sehen. Flitzer, Dribbler, Akrobat und ja, die Ingame-Stats sehen wir hier auch noch mal. Tempo 95, Dribbling 87, 98 Beweglichkeit. 98 Beweglichkeit ist ein überragender Wert. Dann 81 Ruhe kommt auch noch dazu. Ist in Ordnung. Und dann beim Schuss haben wir halt durchgängig solide Werte. 87 Schusskraft, Abschluss 84, Stellungsspiel 87. Das geht alles so in Ordnung. Dann werfen wir noch einen Blick auf ein paar Gameplay-Szenen von Lozano. Ich muss dazu sagen, dass ich Lozano sehr lange als Einwechselspieler gehabt habe. Habe den irgendwann verkauft, weil mein Team mittlerweile so krass ist, dass ich einen Prime Ori als meinen offensiven Supersub habe und dementsprechend hat Lozano dann keinen Platz mehr. Ich habe Lozano jetzt für dieses Video zurückgekauft und was er direkt im ersten Spiel angerichtet hat, das sehen wir jetzt hier im Hintergrund. Er hat hier Tempo-Dribblings wieder rausgehauen. Er hat ein Finesse-Shot von außerhalb des 16er rausgehauen. Lozano ist einfach genial. Also wir müssen einfach nur darauf hoffen, dass es keinen Team of the Season von Lozano geben wird. Denn das wird auf jeden Fall nochmal für wirklich krasse Probleme bei uns in der Abwehr sorgen, wenn hier die Leute im FIFA Ultimate Team mit Lozano Todds unterwegs sind. Denn irgendwas hat Lozano, was ihn so richtig besonders macht. Denn wenn man seine In-Game-Sets nochmal so anguckt, gibt es natürlich auch Spieler, die auch ähnliche Werte haben. Aber die kommen In-Game halt nicht so krass rüber wie ein Lozano. Und woran das liegt, das kann natürlich an mehreren Faktoren liegen. Natürlich auch an dem Trade Abseits-Beat, kann natürlich auch an dem Trade Tries-to-Beat-Defensive-Line liegen. Aber auch an dem enormen Tempo und der hohen Beweglichkeit von Lozano. Woran das letztendlich liegt, ist halt immer ganz schwer zu sagen in FIFA. Denn auch das Player-Model der einzelnen Spieler in FIFA Ultimate Team spielt ja auch noch eine Rolle, wie sich die Spieler In-Game verhalten. Ich hoffe, euch hat dieses kurze und knappe Video ein paar Informationen über den Spielerwechsel gegeben. Denn das ist ein sehr, sehr wichtiges Element in FIFA Ultimate Team. Solltet ihr auf jeden Fall verinnerlichen, denn damit könnt ihr immer mal wieder ein Spiel drehen. Ansonsten bin ich jetzt raus. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. Peace out und ciao. Sollten